Eine weitere Folge vom Nerd Talk. Ich weiß gar nicht, ob ich das immer so gut finde, dass wir uns so nennen, aber das ist okay, hatten wir ja schon besprochen. Wir sitzen hier und talken. Ja, wir sitzen hier und talken. Ich shoppe hier eine Köhler. Ich shoppe nichts. Ja gut. Aber ich habe immerhin eine Isoteriker-Tasse. Ja, ich shoppe nix. Die gibt es auch nicht mehr. Soll ich dir was holen? Nee, nee, ist okay. Willst du ein Bierchen? Wollen wir jetzt kurz Zeitinfos hier geben? Nee, wollen wir nicht. Willst du ein Bierchen? Frag ich einfach. Ach komm. Es ist. Vielleicht klärst du mal ganz gut drauf, was es heute geht. Wie man dem Titel wahrscheinlich schon entnehmen kann, je nachdem wie es benannt wurde, geht es heute um unter anderem Luminar. Und Luminar ist ja, eine eine Software zum Bild bearbeiten. Und ich glaube, beziehungsweise nee, ich hoffe, dass trotzdem genug Leute dieses Video angeklickt haben, weil es meiner Meinung nach eine sehr interessante Software oh nee, 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 nee. Wow. Oh, da hatte ich Angst. Ich auch. Aber ist ja nicht mein Tisch. Interessant werden könnte. Ich habe so ein bisschen Angst. Also was heißt Angst? Ich glaube, Luminar genießt einen Ich glaube nicht, dass die Entschuldigung, wenn ich unterbreche, Thilo. Ich glaube, der Ruf von Luminar ist schlechter, als er angebracht ist. Das wollte ich ja sagen. Ich glaube, es genießt einen anderen Ruf, als es quasi verdient hätte. Verdient hätte, genau. Was gibt es denn als eigentlicher Platzhirsch? Also Lightroom, Adobe ist wahrscheinlich einfach schon immer da und wird wenig angegriffen. Gefühlt immer schon da gewesen. Ist wahrscheinlich auch, dass wenn man Photoshop sich holt, man automatisch Lightroom mitbekommt. Eben. Und Photoshop ist natürlich das Photoshop. Da gibt es wenig Alternativen. Irgendwie schon. Gimp. Thilo ist ja auch so ein alter Linuxer, der mit Darktable stimmt. Ist Darktable wirklich so gut? Ich finde schon, aber man merkt halt, dass es von Nerds gemacht ist. An vielen Stellen. Okay, jetzt erklär warum. Beispiel eins. Es gibt viele Sachen, die ich sehr gut finde, zum Beispiel. Man muss Werte in Exadezimal eingeben oder so? Nein, nee, das nicht. Aber es gibt teilweise mehrere Funktionen oder Tools, die aber eigentlich das gleiche machen, aber die algorithmisch halt anders funktionieren und das ist auch super krass dokumentiert, wie das dann funktioniert. Das ist spannend, wenn man sich ein bisschen für, also die Algorithmik hinter Bildbearbeitung interessiert, aber ist eigentlich nicht user-friendly, sagen wir mal. Und auch nicht relevant. Ja, sozusagen. Es gibt trotzdem ein paar schöne Sachen, aber das ist ein anderes Thema. Aber ist jetzt... Was nutzt du eigentlich? Hauptsächlich. Also privat? Ja. Ich nutze mittlerweile viel Capture One auch. C1? C1, Capture One. C1 ist, finde ich, ehrlich gesagt, kann man das so sagen? So für die Hipster? Kann man wahrscheinlich, aber ich sage gerne Capture One. Also die haben ein paar Funktionen, auch eine Zeit lang gehabt, die Lightroom nicht hatte und wo ich auch sehr neidvoll immer da drauf geschielt habe, aber jetzt gerade mit Farbmaskierung hat Lightroom ja sehr gut nachgezogen. Maskieren finde ich fürchterlich in Capture One zum Beispiel. Ja, aber so Farbselektieren, also so Farbbereiche auswählen und die shiften und sowas, das war schon sehr viel geiler früher in Capture One. Und ich bilde mir auch ein so ein bisschen, also das Tethern ist auch cool. Ja, und wir kommen ja irgendwann in der Sensorstrecke übrigens auch noch zu dem Punkt, wie Raw-Converter funktionieren und da steckt ja auch ein bisschen eine andere Algorithmik hinter. Ja. Ob man da jetzt einen Unterschied sieht, ich glaube, das ist auch ein bisschen esoterisch. Ich glaube nicht, wenn man danach nochmal 30 Regler beschreibt. Definitiv nicht. Und noch ein paar Farbfilter drauf haut. Nein, aber Capture One und da rede ich jetzt von mir, benutzen man glaube ich auch ein bisschen, um ein bisschen sich special zu fühlen. Du meinst mit deiner Leica, da werden die Bilder nur in Capture One explodiert. Aber an meine Leica-DNGs kommt nur Capture One. Nein, Geht ein bisschen nach Düsseldorf. Uh, wo das jetzt, das wird Kommentare generieren. Ja, oder die Düsseldorfer sind stolz drauf. Oder das, ja. Ich weiß nicht, was davon besser ist. Ja. Aber hier wird Kölnisch getrunken übrigens. Ja, also an alle Restdeutschen. Ja. Köln und Düsseldorf. Das ist so, das ist so ein bisschen, das ist, das ist schon fast Tradition. Verpflichtet. Man, man ist verpflichtet. Das ist so wie, wie so mit manchen Familienfäden, wo keiner mehr weiß, warum eigentlich. Und wo es auch gar keinen Sinn macht. Wo es überhaupt keinen Sinn macht. Aber es trotzdem lustig ist. Ja. Und ein netter, netter Nebenfakt. Es gibt auf Kölner Stadtgebiet kein einziges Schild, was Richtung Düsseldorf zeigt. Ja. Das ist einfach so lustig. Und ich glaube, Köln ist auch die einzige Stadt. Haben die das abmontiert? Ja, oder irgendwie verklausuliert. Irgendwie. Ich meine, du kannst ja nach Duisburg, Oberhausen, Dienstlaken, Leverkusen. Ey, du kannst ja so jeder verknackt, also du kannst ja nach Dortmund. Ist ja sogar irgendwo Richtung Bremen irgendwo so ein Schild, weißt du? Aber die Landeshauptstadt nicht zu finden. Das ist auch, glaube ich, das Ding, Köln ist, glaube ich, kann man nämlich korrigieren, die einzige Stadt, die es auf einer Wetterkarte gibt, die keine Landeshauptstadt ist. Ehrlich? Ja, stimmt. Weil halt WDR. Ah, das ist schon irgendwie lustig. Das ist schon witzig. Aber das muss ja jemanden in irgendeiner Behörde gegeben haben, der gesagt hat, Düsseldorf kommt nicht auf die Schilder und Köln kommt hier drauf. Das ist einfach wie ein Rundfunk halt. Das ist schon witzig. Das ist schon lustig. Aber okay, wir waren bei Capture One und den Snobs. Beziehungsweise eigentlich waren wir bei Luminar. Ja, okay, aber bleib mal vielleicht mal bei Lightroom. Photoshop, Capture One, Luminar. Ich finde, Capture One und Lightroom sind so ein bisschen die Arbeitstiere geworden. Wobei man eigentlich Photoshop noch als ultimatives Arbeitstier bezeichnen muss. Also ich glaube, dass so professionelle Fotografie für Kunden, dass sie die Photoshop brauchen. Ich glaube, da sind irgendwas immer Sachen, die weg müssen und nicht so weg müssen, so da ist ein Mensch, der badet hinter mir, den mache ich jetzt mal aus dem Wasser raus, sondern die halt richtig krass weg müssen. Weißt du so? Also bei vielen Produktionen wird ja mehr rausreduschiert als oder aufgeräumt im Bild. Stimmt. Bei Photoshop jetzt von der Sache her auch eigentlich was anderes ist als Lightroom. Ja. Oder halt Capture One. Ja, absolut. Wie, was ist da für dich das Besondere bei Luminar? Ich finde, es ist wesentlich stressloser. Also. Hast du gerade nach einer Formulierung gesucht? Ja. Ja, natürlich. Was wolltest du verpacken? Nee, eigentlich schon das. Es ist stressloser, weil es einfach einfacher ist. Also. Das ist natürlich ein schmaler Grad, wenn man Software entwickelt. man bietet einem viele Möglichkeiten und man hat natürlich mit Fotos, mit Raws vor allem viele Möglichkeiten, das Bild zu manipulieren. Sagt man ja auch so. Bildmanipulation ist ja im Prinzip nichts anderes. Nehmen wir noch auf. Alles läuft? Ich gucke noch mal, aber ich denke, ja. Ja. Sieht super aus. Man hat natürlich einen wahnsinnigen Pool an Sachen, die man mit einem Bild machen kann nach dem eigentlichen Aufnehmen. Und es ist ein, und das ist ja die Aufgabe von Software-Entwicklern, dass auf der einen Seite halt diese Optionen verfügbar zu haben, aber auf der einen Seite nicht so überladen zu haben, dass man erstmal sich ein 5-Stunden-Tutorial angucken muss, um überhaupt zu checken, wie man, keine Ahnung, Bilder importiert. Also ich finde zum Beispiel bei Capture One ist das genau das Problem. Ja. Also ich finde Capture One ist ein wahnsinnig mächtiges Tool. Sehr überladen mit Informationen und mit Optionen. Wahrscheinlich müsste man jeden Tag damit arbeiten und sich weiterbilden, also aktiv weiterbilden, um das volle Potenzial ausschöpfen zu können. Ist halt eine Sache, zieht das halt, also zieht das oft irgendwie in dieser Fotografie, dass man sagt, das ist das Profi-Tool. So viele Möglichkeiten, da kannst du alles nicht verstehen und so, dass es so sexy wird. Man kann sich auf jeden Fall einen drauf, also man kann, was soll ich sagen? Man kann sich auf jeden Fall was drauf einbilden, wenn man sowas quasi beherrscht und sagen kann, hör mal, Capture One, easy. Ja, aber ist es auch so, dass es dann Leute juckt, die es gar nicht können und auch nie können werden, einfach zu sagen, das ist halt die richtige Profi-Lösung? Es ist so ein bisschen Gatekeeping, finde ich. Gatekeeping? Ja, dass man quasi eine Sperre einrichtet, um sagen zu können, das sind die, aber ich mache das so und deswegen sind das auch keine richtigen Fotos, sondern wenn ich damit durch bin. Ich vergleiche es jetzt mal wieder mit so einem Auto, weißt du? Wenn ich jetzt ein Formel-1-Auto fahren würde, dann könnte ich wahrscheinlich damit gar nicht luxuriös irgendwie von A nach B kommen und trotzdem wäre es halt irgendwie ein Formel-1-Auto, weißt du so? Das ist so, aber das ist gar nicht sinnvoll, wenn man nicht Formel-1-Rennfahrer ist. Dann macht es wenig Sinn, ein Formel-1-Auto zu haben oder ein SUV oder einen Sportwagen. Ja, weil dann ist es eigentlich kontraproduktiv. Ja. Also eine Software, die so viel kann und so konzipiert ist, dass Leute, die damit tagtäglich arbeiten, damit arbeiten können, zu arbeiten, wo man eben nicht tagtäglich damit arbeitet, ist ja hinderlich und negativ. Absolut. Gut, das ist ja, ich glaube, das ist ein generelles Problem, dass man Ansprüche suggeriert bekommt. Zum Beispiel halt, wie du musst an einem Bild so und so lange dran sitzen mit einem sehr komplizierten Tool, um da was Vernünftiges rauszukriegen. Weißt du? Ja, es ist so ein bisschen, es ist ein bisschen Schizo halt. Es ist auch mit Kameras irgendwie gefühlt so, die ganzen Funktionen, die da reinkommen, manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute besser fotografieren könnten, die Menschen, wenn man ihnen weniger Funktionen, die sinnvolleren Funktionen in kleineren Häppchen geben würde. Weißt du? Ja, ja. Die ganzen Ausnahmen, das ist so ein bisschen wie unser Steuersystem. Das hat mehr Ausnahmen als Regeln. Weißt du? Ja. Und so eine Kamera hat auch schon mehr Sonderfunktionen. Also wenn du dir so ein Autofokus-Modul anguckst, dann kannst du den Autofokus in der Geschwindigkeit, in der Aggressivität, in der Latenz, keine Ahnung, gibt es ja sechs verschiedene Funktionen, wie man Autofokus-Motor individualisieren kann. Das ist ja völlig im Ergebnis, macht man gar nichts dran. Ja. Stimmt. Stimmt leider. Und dann erzählt einer in einem Tutorial, aber so muss man es machen, weil das ist hier voll geil. Und dann denkst du, boah. Ja, das ist halt, ich glaube gerade bei Kameras, aber auch bei Software, also gerade bei Adobe-Sachen, glaube ich, das Problem, dass das alles so über die Jahre gewachsen ist. Ja, dass das immer so funktional draufkommt, ne? Das ist so organisch gewachsen, deswegen packt man hier was zu, packt man da was zu, dann packt man es natürlich drauf, dann will man das nicht, man will die alten Leute nicht verlieren und deren Nutzung kaputt machen, lässt man die alte Funktion noch. Genau, und so wächst das quasi wie so ein immer weiter an und wird immer schwieriger, da ein bisschen durchzusteigen. Also eigentlich müsste man vielleicht als Mr. Adobe mal alle ein, zwei Jahre rangehen und sagen, weißt du was, ich mache das User Interface mal komplett neu. Was ich mich immer gefragt habe, ist, warum geht es bei Kameras nicht einfach so einen Dummi-Modus? Muss man vielleicht nicht Dummi-Modus nennen, einen reduzierten Modus. Vielleicht wäre es so wie, keine Ahnung, andersrum, einen erweiterten Modus, wobei jeder Depp wird wahrscheinlich einen erweiterten Modus schalten und trotzdem nichts verändern. So wie bei Routern zum Beispiel, da gibt es meistens ja auch so den Experten-Modus, wo man dann nicht aus Versehen einstellt, dass, keine Ahnung was. Ja, bloß bei Experten-Modus ist es beim Router meistens so, dass man draufklickt und sagt, okay, wieder zurück. ja, wahrscheinlich sollte man das bei Kameras genauso machen, weißt du? Ja. Weil ich glaube, es gibt auch bei Kameras oder bei Software und da sind wir halt auch bei Luminar, gefühlt ist es halt sehr, ich mag Luminar, ich finde, es ist kein Ersatz zu Photoshop oder zu Lightroom mit Photoshop, dafür ist es nicht speziell oder spezifisch genug für einen Job, also, wobei wir auch schon Buche gemacht haben jetzt nur mit Luminar, also das ist, haben wir auch geschafft, aber wenn halt, da konnten wir das machen, was cool war und was uns gefallen hat, aber wenn jetzt jemand ein Kunde kommt und sagt, das will ich, dann muss man das Tool haben dafür und da ist Luminar manchmal noch ein bisschen zu einschränkend. Ja, also deswegen, ich glaube, in erster Linie geht es darum, wie man es überhaupt verwenden möchte oder was der eigene Anspruch dahinter ist, also warum, warum würdest du jetzt sagen oder wofür setzt du Luminar gerne ein? Das kann man jetzt sehr zweischneidig formulieren. Okay. Tu es. Ich würde sagen, quick and dirty ist die eine Formulierung und ich weiß, was das wieder auslöst. Ja. Ich glaube, niemand will quick and dirty arbeiten. Quick ist super, dirty ist, naja, das ist so, naja, geht besser. Ich glaube, damit kann man nicht angeben, weißt du? Ja, ich bin so ein quick and dirty Typ. Das ist eher so, Mama hat gesagt, das soll ich nicht machen. Ich soll es richtig anstrengend machen, gerade glaube ich, Deutschland ist quick and dirty. Vielleicht nennen wir es einfach so effizient. Klingt effizient mögen Deutsche wieder. Effizient mögen Deutsche wieder. Also Luminar ist effizient. Luminar ist hocheffizient. Also, wenn ich jetzt mit Bildern nach Hause komme, keine Ahnung, ich war es Wochenende weg mit so einem Mann und ich habe so ein paar Bilder, da finde ich einige richtig cool und ich will es einfach so ein bisschen noch besser machen. Noch ein bisschen, was heißt besser? Noch ein bisschen was rausholen. Ein bisschen Besonderheit. dann gehe ich nicht mehr in Lightroom. Dann öffne ich den Ort in Luminar. Finde ich auch schön, dass es kein so Katalogsystem hat. Was ist das? Importieren, Verschlagworten und alles mögliche. Ich will die Bilder auch einfach nur sozusagen in die WhatsApp-Gruppe mit Oma, Opa, Mama packen und so. On the fly quasi. Und dann kommen die irgendwo auf die Festplatte sortiert und dann sind die auch nicht mehr in meinem Katalog. Ich gucke. Also, egal. Shot and forgot. Nein. Ja, Shot, shared and forgot sozusagen. Shot, shared and forgot. Man kann die ja in ein paar Jahren wieder angucken, aber ich meine, ich brauche mir doch jetzt nicht von letzter Woche die Bilder nochmal angucken, wenn ich die schon geteilt habe. Dann ist das Sommerfest vorbei, das Grillen ist gemacht, das nächste steht an, aber ich will mir vielleicht in ein paar Jahren wieder die Bilder angucken. Dafür braucht man kein Katalogsystem. Dafür braucht man kein Katalogsystem. Deswegen auch alleine den Orden öffnen, ein bisschen mit Preset spielen und ich finde, Luminar ist halt so, ich finde, es ist eine sehr experimentelle, das klingt jetzt auch wieder negativ, so wäre ich normalerweise nie. Also im Job bin ich nie so. Weißt du, also du kennst mich ja. Ja. Ich mache aus keinem Farbbild ein Schwarz-Weiß-Bild, nur weil es besser aussieht. Ich ärgere mich, dass ich es vorher nicht gesehen habe. Mhm. In einem Profi- beziehungsweise beruflichen Kontext, meinst du jetzt. Wenn du zu mir kämpfst, Thilo weiß ja selber und du würdest sagen, ja, Schöffel hier, das Bild, das haben wir in Farbe aufgenommen, beim Schwarz weiß es jetzt besser aus, dann würde ich nicht sagen, toll, sondern würde sagen, warum hast du es nicht direkt gemerkt? Du kennst mich ja. Ich bin ja so ein Typ, der das vorher alles festlegen möchte oder muss. Also man muss da generell quasi unterscheiden, was für Bilder man jetzt da nutzt oder reinlädt. Ja. Weil im Prinzip und das ist bei uns ja genauso, wir, also nicht 100% unserer fotografischen Sachen sind Job. Wir fotografieren auch gerne so. Auch privat sehr viel. Eben. Ich finde halt, ich finde, Luminar hat mich da gecatcht bei Fotos, wo der Output nicht vordefiniert ist. Gut. Ich finde, es animiert zum Spielen, zum Ausprobieren. Zum Kreativsein. Zum Kreativsein. Ja, ich weiß, es ist eine harte Formulierung. Das kann man sagen, ja, aber Ketchup wollen wir auch nicht in dem Maße. Das ist allein schon, ich weiß, das ist ja draußen, das muss man jetzt verstehen. Bei, bei, bei Luminar oder versuchen zu verstehen. Bei Luminar gibt es sozusagen den, den, den Ordner, die Sammlung. Also das ist kein importiertes Bibliothekssystem, sondern einfach Bildauswahl. Dann kann man Presets, das ist der nächste Reiter, Presets rüberladen, das sind vordefinierte Bildlooks, Presets halt. Und dann gibt es sozusagen nochmal so einen Bearbeiten-Reiter. Und in den Bearbeiten-Reiter geht nicht einfach nochmal eine komplette Seitenleiste mit Weißabgleich, Belichtung, tiefen, Sondern da gehen so unter, ich würde es jetzt nicht Filter nennen, aber so, das sind, wie soll man es beschreiben? Das sind Regler, die aber jetzt nicht einen speziellen, fixen, physikalischen Wert des Bildes ändern, sondern so eine Einstellungsthematik. So einen Thematik-Reiter. Thematik-Regler. Filmkorn. Zum Beispiel. Dramatik. Oder was du, glaube ich, sehr gerne magst, wie hieß es nochmal, Licht? Magisches Licht. Magisches Licht. Klingt jetzt erstmal natürlich so ein bisschen... Ja, also das, was man so bei Lightroom und dergleichen kennt, das findet man so unter Essentials, glaube ich. Weißt du, die weiße Lichtung und tiefen Lichter und so was. Aber das Ganze ist sehr viel, also magisches Licht, um da nochmal drauf zurückzukommen. Einer meiner Lieblingsfilter ist so, das ist alles, was so mystic, flarig ist. Es gibt aber nochmal so Sonnenstrahlen. Dann gibt es, dann gibt es Farblooks, also so, alles, was da beschrieben ist, ist so künstlerisch... Ach, ich weiß, Tito, es ist sehr schwierig. ich glaube ja so, ein Regler, wie zum Beispiel magisches Licht, fasst halt andere Regler oder Arbeitsschritte zusammen in einem. Und das ist auch so ein bisschen das Schöne daran, weil man ja, im Prinzip mit einem Regler viele Sachen machen kann, die man sonst ein bisschen wesentlich umständlicher halt generieren müsste. Porträt, Bokeh, Unschärfe. Bokeh, ja. Das ist alles so, also, ich finde, das ist sehr inspirierend, allein schon die Überschriften der einzelnen Regler. Das ist nicht so, okay, Tiefenlichter, Weißwerte, Kontraste, Schwarzklarheitssättigung, so Schärfe, Radius, Threshold, also weißt du, das ist so, das ist bei Lightroom und bei Capture One so unemotional. Emotional, das ist vielleicht, das sind mehr so emotionale Regner. Ja, die anderen sind halt so sehr technisch. Ja, und Luminar ist eher so, auch intuitiv wahrscheinlich mehr. Und was ich auch gemerkt habe ist, lasst mal Leute, die nichts mehr Fotografie haben, einfach an die Bilder bei Luminar. Das macht denen voll Spaß. Eben drum, und das meinte ich vielleicht auch so mit ein bisschen Gatekeeping und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem daran an Luminar, weswegen das viele Leute. Gatekeeping ist sehr Informatik-Style, oder? Nee. Warum flüstern wir? Jaja, weil sich jetzt Leute aufregen könnten oder ertappt gefühlt. Aber die Mikrofone sind sehr nah an unserem Mund und man hört es genau gleich stark. Ja. Okay. Wir müssen damit aufhören. Ja, ich weiß. Wir können mal so eine ganze Flüsterfolge machen. Nein, ähm, wo war ich jetzt gerade? Ich weiß nicht, das ist dann mesoterisch abgelenkt. Gatekeeping. Nein, genau, dass Leute, die sich halt nicht, das darf keiner hören. Schnell mal den Lautstärke, dass Leute, die sich halt nicht damit jetzt die letzten fünf, sechs Jahre beschäftigt haben, trotzdem zu sehr schönen Ergebnissen kommen. Ja, und das macht einfach Spaß. Und vielleicht eröffnet das, ich glaube, das ist das, was du vielleicht auch so mit Gatekeeping meinst. Ja, ja. Vielleicht reagieren deswegen viele Leute auf Luminar auch so aggressiv, weil sie, wie soll man das formulieren? Die fühlen sich in ihrer Kompetenz angegriffen. Glaube ich. Ja, ja, ja. Das ist klassisches Gatekeeping. Ach so, so nennt man das. Ja, ja. Wenn man so das Gefühl hat, so macht, man macht quasi eine, eine Schranke vor irgendwas, wo eigentlich keine sein müsste. Oder es gibt halt eine und aber, also wenn man jahrelang gelernt hat, wie man irgendwie einen geilen, mit Hochpassfilter eine Klarheit erzeugt und jetzt plötzlich gibt es einen Regler mit Klarheit. Ja. Sagt man jetzt, der Regler mit Klarheit ist scheiße. Genau. Oder ich habe aber damals noch gelernt, wie man sehr effizient, nicht Effizienztrennung oder sowas, Frequenztrendung macht, um irgendwie die Poren, dies, das, bla bla bla, High-End-Retusche. Beim Gesicht, jetzt gerade bei Luminar, übrigens Luminar, auch ein sehr großer Vorteil, kann man als Plugin bei Photoshop benutzen. Und das, gerade auch die ganze Gesichtsretusche ist bei uns Standard geworden, auch für Kundendaten, in Photoshop. Also da macht man in Photoshop ein Plugin auf, bekommt eine extra Ebene mit den Sachen und fertig aus. Kann dann wieder maskieren, also man kann auch Luminar in Photoshop mit reinholen. In Leitung, glaube ich auch. So Augenringe, die wir beide ja auch ordentlich haben, die sind ja eine andere Textur, eine andere Farbe und eine andere Helligkeit. Da musst du ja echt Frequenztrendung Deluxe machen, damit du das irgendwie gut bearbeitet bekommst. Das macht halt Luminar mit einem Regler. Ja. Augen, auch geil. Aufhellung. Also es sind einfach so Sachen, wo du denkst, boah, das hat früher richtig Zeit gekostet. Richtig, richtig Zeit gekostet. Luminar fängt ja jetzt gerade an, ich weiß nicht, was du davon hältst, von diesen AI-basierten, inhaltssensitiven, also Bild erweitern, was soll noch kommen, Motiv ändern, also Kleidung wechseln und sowas, Sachen rausreduschieren, also komplett rausreduschieren und durch neue ersetzen. Relighting. Relighting. Oder Studiolicht heißt es. Ja, Studiolicht. Ich muss mal nachgucken. Aber es ist halt schön, finde ich, also generell, ich finde es immer schön zu sehen, wenn es halt an irgendeinem Punkt in der Fotografieentwicklung gibt. Und da kann man vielleicht auch sagen, dass da andere ein bisschen sich zu sehr ausgeruht haben. Vielleicht. Studiolicht ist jetzt schon verfügbar? Mhm. Finde ich auch aus programmiertechnischer Sicht. Gerne. Man sagt ja nicht mehr Gesundheit laut Knigge. Wisst ihr, was Dilo mir mal bei Er unter vier Augen erzählt hat? Dass Knigge scheinbar selber mal irgendwann gesagt hat, dass man nicht nach Knigge sagt, man übrigens sagt. Genau, das Unhöflichste ist quasi, Leute auf ihre Manieren hinzuweisen. Laut Knigge. Ja. Und das ist irgendwie eine Knigge-Inception irgendwie. Wenn Knigge sagt, man darf nicht auf Knigge hinweisen. Hat man ja automatisch schon auf Knigge hinweisen. Oh, das ist, komm. Scene Expand, also die Szenenerweiterung, das liebe ich. Mhm. Wisst ihr, warum Krolop das liebt? Weil Krolop Unschärfe liebt und immer so den Abbildungsmaßstab so krass wie möglich hält, damit die Streukreise und damit die Unschärfe am höchsten wird. Das ist dieser Makroeffekt. Man kann mit Blende 22 eine Biene fotografieren und hat trotzdem nicht mal die ganze Biene scharf. Man muss halt nur nah genug rangehen. Man muss nur nah genug rangehen. Und das ist der Punkt, warum viele Leute immer sagen, ja, warum machst du nicht ein bisschen weiter, mit mehr drauf. Man verliert halt den Look. Der Look geht flöten. Die Unschärfe, die Bock ist. Und dann hat man aber trotzdem manchmal so einen Punkt, wo man irgendwas posten möchte, hat die falsche Aufbau. Und jetzt gibt es Scene Expand bald. Scene Swap. Erweiterung des Dingens. Neon und Shine finde ich sehr geil, weil ich ja sehr viel mit Buntes Licht arbeite. Finde ich sehr kreativ. Wäre für Japan auch schön gewesen. Wasserverbesserung ist gerade für Drohnenschüsse sehr geil. Aber hier übrigens, ich sehe auch gerade so ein bisschen so Skin, Super Contrast, Portrait Bokeh, Atmosphere, Sunrays, Background Remove. Das ist so, also diese ganzen, diese ganzen, diese ganzen Filter sind halt wirkliche Funktionsfilter. Und ich finde, Luminar hat dieses AI Zeugs, also ist mit der einzige, der eigentlich von sich behaupten darf, überhaupt KI zu benutzen. Du bist ja relativ hart, was KI betrifft, oder? So die Definition. Ja, ich finde, also KI oder AI ist halt irgendwie so ein komisches Marketing-Buzzword geworden, was man halt überall drauf schreibt, wo eigentlich wenig gar keine KI drin ist. Also klassischerweise bei Kameras. Wo unterscheidet man, hast du das mal durchgelesen eigentlich? Was ist AI und was ist nicht AI? Naja, ich bin da nicht super 100% im Thema drin, aber zum Beispiel, was halt, so, wo Kamerahersteller halt beischreiben, KI-basierter Fokus oder Motiverkennung oder so, das ist ja im Prinzip nur ein angelernter Algorithmus. der halt durch einen größeren Rechner irgendwie ein bisschen individualisiert wurde. Und dann kriegt man Input und generiert dadurch irgendwelche Sachen. Das ist quasi maschinelles Lernen, das gibt es schon länger, also künstliche Intelligenz auch, aber das ist ja kein maschinelles Lernen, das ist ja eher, Lernen hat ja wieder was mit zu tun, dass man besser wird. Also wenn mein Sohn was lernt, ist er danach besser, als es davor war, weil er hat was gelernt. Ja, maschinelles Lernen ist halt so quasi, du hast einen begrenzten Input und ziehst daraus einen Schluss, aber du kriegst nicht immer neuen Input. Aber das ist ja kein Lernen, das ist ja Analyse. Ja, okay. Also die Kamera erkennt am Motiv irgendwas und sagt, ah, wenn das und das so ist, dann hat mir der Algorithmus beigebracht, dann wollen die Nutzer, die Fotografen, Fotografinnen das scharf haben. aber das ist ja fix drin quasi. Ja, das ist ja kein AI und das ist ja auch kein Lernen. Die Kamera wird ja nicht besser dadurch, dass ich mehr Insekten fotografiere, zum Beispiel. wisst ihr, also, wisst ihr, weißt du, wo ich mal denke, wenn ich mal eine Kamera zurücksetzen muss, wenn ich sie verkaufe, weil dann andere damit nicht fotografieren könnte, dann wäre es AI für mich so. Wenn die Kamera sich so auf mich angepasst hätte, weißt du? Ja, ja, und halt auch, ja wirklich individuell und halt auch. Gelernt hätte, wie ich fotografiere. Genau. Also, wenn zum Beispiel deine Kamera merkt, dass du immer sehr mittig fotografierst, also das Motiv immer in der Mitte hast oder so und dich dann vielleicht darauf hinweisen würde oder vielleicht auch selber entscheiden würde, wenn du das Motiv so ein bisschen dezentriert hast, das dann zu reframen oder so oder dass dein Weißabgleich immer ein bisschen wärmer ist, als das jetzt ein AWB machen würde und dann deine Kamera einfach 1000 Kelvin wärmer machen würde. Ich würde immer aufs hintere Auge fokussieren und meine Kamera würde merken, oh, guck mal, der Krolab, der will immer das hintere Auge scharf haben. Oder so, ja. Mal als Beispiel. Ja. Aber dass man eine Kamera einprogrammiert, das vordere Auge muss scharf sein und jetzt erkennen das vordere Auge, das ist ja keine AI. Also Motiverkennung ist jetzt kein klassisches künstliches Intelligenzproblem. Und das ist ja auch bei Luminar so. Luminar lernt ja nicht aufgrund von meiner Sache dazu, sondern Luminar ist halt sehr clever, was die Motive auf dem Foto betrifft. Das ist halt Bildanalyse. Ja. Und das ist immer noch keine AI, aber es hat im Vergleich zu anderen den meisten... Wobei sowas wie Szenenerweiterung natürlich schon, da wird was Neues generiert. Quasi aus einem Input und ist wahrscheinlich auch jedes Mal anders. Also das ist kein fixer, terminierter Rechenprozess, der immer den gleichen Output gibt. Das ist ja, das ist auch oft das Ding. Bei KI weißt du halt nicht, was am Ende rauskommt. Aber auch damals hat der Luminar schon diesen AI-Begriff genutzt als zum Beispiel das dramatische Himmel oder Super Contrast. Super Contrast ist glaube ich auch, es gibt einen Filter, da heißt es so AI dahinter. Die brauchen noch ein bisschen länger. Weil es wahrscheinlich von der Analyse her aufwendiger ist. Ja, und das ist ja auch das Schöne daran, dass zum Beispiel ein Regler, der auf 50 steht, bei verschiedenen Bildern verschiedene Ergebnisse liefert. So, also weil man halt immer einen anderen Input hat. Ja, und bei Lightroom und Capture One ist halt so, da liefert den Rechnen an den Ergebnissen, aber 50 ist 50. das ist halt schon schön. Also man kann schon mit gleichen Regleranstellungen sehr individuell Bilder bearbeiten. Genau, das macht es halt individuell und auch intuitiv. Ja, das ist sehr schön. Finde ich. Das ist schön. Fairerweise muss man sagen, auf einem alten Laptop würde ich es jetzt nicht installieren wollen. Gerade so diese AI-Geschichten. Ich würde es auch nicht auf einem aktuell schwachen Rechner installieren. Ja, stimmt, die gibt es ja auch. Also man braucht schon rechne Power, aber das heißt ja auch, dass da viel gerechnet wird und dementsprechend auch ein schöner Output generiert wird. Luminar ist nichts für so normale Rechner, muss ich ehrlich sagen. Also muss schon ein bisschen. So ein bisschen was, was den Namen Workstation verdient hat. Also ein bisschen Dampf. Ja, oder auch die neuen Mac-Prozessoren hat man auch gemerkt. Ja. Also M1, M2 und sowas. Das hat man schon. Also die kommen schnell an die Grenzen von Computersystemen. Und ich glaube, das ist auch ein großer Kritikpunkt, der oftmals genannt wird zum Famiglars. Das ist mir zu langsam. Aber ja, man muss da wirklich sehr zeitaktuelle Rechner haben. Aber fairerweise heißt halt, dass da was passiert. Absolut. Absolut. Was da noch sehr, sehr, sehr wichtig ist zu sagen. Ich finde, Luminar ermöglicht so ein sehr experimentelles Arbeiten. Und das ist so der Punkt, wo es für mich auch interessant wird, wo ich sage, da macht das auch wieder relativ viel Spaß, damit zu spielen. Was ich ja sonst gar nicht mache. Also quasi, würdest du sagen, ein nicht Output-getriebenes Arbeiten? Bei Lightroom ändere ich die Dinge, die ich geändert haben möchte. Bei Photoshop erst recht. Da mache ich keinen Handgriff mehr, als das, was ich wirklich haben möchte. Ja. Bei Luminar ist es immer so, da gehe ich manchmal mit dem Bild rein und sage, ach, guck mal. Sieht ja richtig gut aus. Das ist quasi nicht ergebnisorientiert. Also nicht mit einem fixen Ergebnis orientiert. Kann man wahrscheinlich auch, aber mache ich von vornherein gar nicht so. Können Pultmanns, aber... Es ist so, ich habe ja auch einen Kumpel, der sehr viel fotografiert, Alpha 1, ist Arzt, der war jetzt in den Sommerferien, der hat geschrieben, aus Frankreich, macht voll Spaß hier, ich lade mir abends meine Bilder rein und schicke es meinen Freunden dann und so. und ich glaube, ich glaube, das ist auch der Punkt, ich glaube generell heutzutage in der Fotografie dreht sich sehr viel darum, in unserer Szene oder bei den Fotografierenden, wie entstehen die Bilder. Aber eigentlich ist Fotografie ja nicht die Entstehung, außer für uns. Man kriegt halt am Ende ein fertiges Foto. Also man möchte, also eigentlich steht in dieser Arbeitskette am Ende ein Foto und wenn nicht, fotografiert man eigentlich nicht. Ja und vor allem dieses fertige Foto, das wird ja irgendwie Fremden gezeigt. Ja. Man kann sich natürlich auch selber ausdrucken und in seinem Kämmerchen still alleine angucken, aber das ist eigentlich nicht so der Sinn der Fotografie gewesen. Es gibt halt immer, also ja, wenn du zum Beispiel in eine Ausstellung gehst, eine Fotoausstellung, da siehst du halt nicht, also da wird nicht dokumentiert, wie jetzt jedes einzelne Bild entstanden ist. Und ich glaube, da ist der Punkt, da kümmern wir uns zu sehr um diesen Prozess. Das könnte aber besser sein, das würde man anders machen und ich glaube, viele Dinge jucken gar nicht mehr. Zumindest nicht die Leute, die es dann am Ende angucken und schön finden sollen. Ich habe ein sehr schönes Beispiel, ich liebe ja diesen Portrait-Bokeh-Mode bei Lumina. Also da, wo man Unschärfe generiert nochmal im Hintergrund. Ja. Und das ist auch ein Analyseverfahren, was so ein bisschen die Tiefe analysiert und es klappt wirklich geil. Du kannst Vordergrund, Hintergrund, das erkennen die auch schon. Ja. Und man kann einfach so ein bisschen den Hintergrund auch unschärfer machen, nochmal eine höhere Freistellung erzeugen. Du weißt ja, wie ich fotografiere. Also nicht so, dass man nach viel Potenzial mit Objektiven hätte. Ja. Also keine Ahnung. 0,9 Fünfer Objektive, also was offen geht, geht. Geht. Und trotzdem mache ich eigentlich bei fast allen Bildern nochmal diesen Wochenlook. Noch ein bisschen mehr. Ja. Das hat wahrscheinlich keiner bisher gemerkt. Schreibt es mal in die Kommentare, welches Bild es sein könnte. Fast jedes. Jetzt machst du es den Leuten zu einfach. Ja, das ist sehr einfach, weil es ist fast überall drauf. Also, jetzt natürlich die Gerätchenfrage, aber die, die wir jetzt auch schon angeschnitten haben, ist das denn noch Fotografie überhaupt? Pangen die jetzt an, Bäume zu schneiden vor der Türe? Ja, irgendwo wird Baumpflege betrieben. Schau mal hier die Tür zu. Okay. Red mal du in Monolog über, ist das noch Fotografie? Das war jetzt eine Frage. Das ist jetzt schwer. Ist natürlich eine gute Frage. Aber ich glaube, man unterschätzt halt immer, oder überschätzt. Ich glaube, man überschätzt. Und da kamen wir ja gerade auch ein bisschen drauf, diesen Effekt überhaupt. Also, wie man jetzt zu einem Foto kommt, und das ist jetzt ein bisschen kritisch eigentlich auch für dich oder für mich oder für uns vielleicht zu sagen. Ich glaube schon, dass wir da sehr bursitzen. Wie man dahin kommt, ist eigentlich flüsterst du wieder. Ich weiß auch nicht. Ein bisschen egal ist es schon, wenn das Ergebnis halt. Es ist völlig egal. Es ist doch völlig irre. Also, es juckt nur uns. Und oftmals ist es doch bloß unser eigener Anspruch. Und dieser eigene Anspruch, der ist gut und schlecht zugleich. Ich habe mir da auch schon viel Gedanken gemacht, jetzt gerade auch mit Erziehung, mit Maximilian. Mein Sohn heißt Maximilian. ist das, dieser eigene Anspruch, der ist ja insoweit ein Antrieb, was richtig krass zu machen, was besser zu machen, was richtig zu machen. Aber auf der anderen Seite ist es so ein selbst gesetzter Druck, der vielleicht vom Ergebnis ablenkt. Ja, vor allem, wenn es halt anders auch einfach geht. Ohne jetzt zu sagen, dass man dabei schludert oder so. Ja. Weil das wollte ich jetzt eigentlich nicht damit suggerieren, so dass man halt einfach, also, ne. Ich glaube, da ist ausnahmsweise mal Auto kein guter Vergleich. Ich glaube, da ist Kochen und Backen ein guter Vergleich. Da kenne ich mich ähnlich gut mit aus wie mit Autos. Deswegen Prost. Bitte schön. Nein, aber jetzt ohne Flax. Ein Essen wird gekocht und wird dann gegessen. Und die Leute, die das Essen konsumieren, die wissen ja nicht meistens, wie es gekocht wurde. Und es schmeckt oder es schmeckt nicht. Und übrigens auch interessant, ob ein Essen schmeckt, hängt ja auch nicht nur vom Essen selber ab, sondern auch vom Drumherum. Und da gibt es ja genügend Studien, die so ausgefunden haben, ja, über allein die Atmosphäre und wie es serviert wurde und so. Da wurde ja auch so mal Knorr in Spitzenköchenläden serviert und so was. Da haben wir jetzt in kleinen Häppchen und so. Ja, so Placebo-Effekte und so Zeug und so was. So Vorstellungen. Und die haben alle gesagt, oh, krasseste Essen ever und so. So mit Wein genauso, ne? So Blindverkostung Wein. Ja, es ist, also. Schönes Glas. Fertig. Der Punkt, den es da, glaube ich, gibt es, wenn man halt Köche untereinander fragt, dann werden die über ihre Messer reden, über ihre Pfannen, wie sie das Ding schneiden, was sie damit machen, wie lange sie das vorblanchieren, wie lange das. Aber wenn man hinten dran sitzt und isst, dann ist das, glaube ich, weniger relevant, als man manchmal wahrnehmen möchte. Ja. Das ist übrigens eine Sache, muss ich ganz kurz einwerfen, weil man das immer sagt, so dieser Gag mit, oh, deine Kamera macht tolle Bilder. Und dann die Antwort darauf ist natürlich, du fragst ja auch nicht, einen Koch mit welchem Messer er dingst. Das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Weil ein guter Koch hat auch gute Messer und gute Töpfe. Meistens haben die richtig guten Köche auch richtig gute Töpfe und Messer. Die kochen ja auch nicht mit Blödsinn-Zeugs. Ja, Mark ist ja so ein alter Koch hier, und der hat ja auch so ein Messerset, was er da ausrollt und so. Und was er auch halt mitnimmt und so, wenn wir reisen. Und ganz ehrlich, wir dürfen zwar alle nicht mit dem Messer schneiden, aber die schneiden halt schon sehr, sehr geil. Und wenn man Zwiebeln mit dem Messer schneidet, kriegt man halt krasser geschnittene Zwiebeln raus. Also die kann man viel besser schneiden. Naja. Also wenn du halt ein stumpfes Messer hast, dann kommen solche Zwiebelstücke raus, die halt auch im Essen nicht schmecken müssen. Die wahrscheinlich ähnlich schmecken, sind wir mal ehrlich. Also wenn du zum Beispiel irgendwo brauchst, wo halt Zwiebeln sehr klein nicht wirklich eine Konsistenz haben sollen, wo du einfach nur den Geschmack brauchst und nicht aber das Gefühl auf der Zunge von Zwiebeln, also kein Chubsoi, dann willst du dich klein geschnitten haben. Ja, und jetzt ist die Frage, nehme ich jetzt ein krasses Messer oder nehme ich einen nicer Dicer? Nicer Dicer. Hast du den? Natürlich nicht. Okay. Also ich koche nicht. Nicer Dicer. Aber, aber. Nein, aber das ist ja eine ähnliche Diskussion, das meinte ich. Also wenn ich mit einem nicer Dicer irgendwie auch schöne quadratische Zwiebelstücke kriege, dafür aber pfff mache. Die Zutaten müssen doch stimmen. Ja. Das geht jetzt auch über Fotografie. Ja. Zutaten müssen stimmen. Die Zusammensetzung muss stimmen. Und dafür muss man halt ein Gefühl haben. Und dafür muss man ein Gefühl haben. Und ich glaube, dass dann über sehr viele Dinge sich Gedanken gemacht wird, weißt du so, ob das der Backofen ist oder der Backofen oder ob auf dem anservierst oder auf dem, weißt du so, ich glaube, das ist alles sehr irrelevant dann für die Konsumierenden. Und wahrscheinlich ist es sogar besser, wir müssen von diesem Kochen weg, aber oder sagen wir schöner, wenn ich jetzt nicht zwei, drei Stunden Zeit für ein Bild mir nehmen muss oder möchte oder kann. Ist doch schöner, wenn man die Zeit irgendwo dann einspart und schöne Bilder machen kann. Oder ein bisschen mehr beim Fotografieren. Du musst dir mal das Filmkorn angucken bei Luminar. Okay. Weil das heißt auch Filmkorn und ich finde, das sieht sehr viel angenehmer aus als bei Lightroom. Vielleicht kannst du bei der nächsten Folge irgendwann mal sagen, Mössst du mal so einen Kornvergleich machen, ne? Ja, kannst du. Also ich werde Erfahrung machen. So echt, fake und fake zwei. Weißt du? Ja. So unterschiedliche Fake-Stufen. Ja. Also das ist natürlich ein Regler, den ich selten benutze, weil meine Bilder alle körnig sind. Weil du alle wie so Asad 1600 nimmst. Ja, aber ich glaube, ich glaube, der Hauptpunkt, auf den wir sollten wieder mal eingehen, ist, dass es viele, viele, viele Fotografen, Fotografin da draußen gibt, die sich durch so eine, ich sag jetzt mal Idioten-Software wie Luminar angegriffen fühlen. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Und ich verstehe es. Aber wenn ich Luminar aufmache, komme ich mir auch mal so ein bisschen kastriert vor. Es fühlt sich halt an, als einem Kompetenzen abgesprochen werden. Ja. Man möchte ja selber entscheiden. Ja, ja. Das ist so ein bisschen, man macht sich unmündig oder so. Ja. Ich verstehe das auf eine gewisse Art und Weise. Ich finde aber, dass gerade bei kreativen Prozessen, wofür man Luminar ja durchaus einsetzen kann, das gar nicht mal so förderlich ist. Das ist so ein bisschen Autofahren. Ich versuche das mit seinem Auto vergleichen. Ich immer mit meinem Auto vergleichen. Wie viele Leute gerne schalten, manuell. Ehrlich? Ja, ja. Das war doch früher, oder? Was heißt früher? Also, ich wette, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, wir fragen ihn gleich. Wenn man das dann sieht, muss man wahrscheinlich fünf, sechs Tage zurück in den Storys gehen. Ach, kann man gar nicht. Posten wir nochmal. Wenn ich Olli jetzt frage, ob er schalten will oder manuelles Auto fährt, würde er mit Sicherheit sagen, er will lieber schalten. Und wenn du ihn fragst, was ist besser? Du schalten oder die Automatik? Ja, was heißt, was ist besser? Was ist besser? Effizienter, schneller? Da würde er vielleicht sagen, wenn er ein bisschen drüber nachdenkt, Dingsbums. Automatik. Aber er würde mit Sicherheit lieber schalten. Und das ist so ein bisschen, boah. Ich verstehe auch nicht, warum man das, also. Ja, aber trotzdem, also kann jeder jetzt gerne selber für sich beantworten. Aber ich glaube, so die Menge an Leuten, die gerne schalten, weil sie denken, das ist ein deutsches Problem, oder? Das ist ein sehr deutsches Problem, tatsächlich. Schalter. Ja, ja. Ja, überall anders auf der Welt wird Automatik gefahren. Ja, nicht überall, aber wird viel Automatik gefahren. Viel mehr Automatik als hier. Viel mehr. In Amerika ist es ja genau, also, ne, da hast du noch so ein witziges Video, wo so ein Dieb dabei erwischt wurde, also hat ein Auto aufgebrochen, aber das Stick shift, und dann konnte ich dann fahren. Naja. Es ist eine Diebstahlsicherung in Amerika. Ein Schaltgetriebe. Ja, aber da ist ja genauso Banane, dass man... Vor allem, weil das hat ja, also ich verstehe, jetzt kommt wieder mein Auto, mein Auto... Ich habe es angestoßen. Ja, das ist selber schuld. Es gab ja Zeiten, wo Automatikgetriebe eine hohe Reibungsverlust hatten, also eine hohe Effizienzverlust hatten, Verbrauch, also wo es auch Löcher gab vom Schalten und dergleichen und so. Das gab ja verschiedene Getriebearten und das war kein so direkte Übertragung wie jetzt Schalten. Aber zwischenseitlich mit so modernen Doppelkupplungsgetriebe mit irgendwie noch Hybrid-E dran und sonst was, dass ja kein Mensch schaltet ja so effizient wie eine Maschine, wie eine Maschine, die in Nanosekundentakt, ja vielleicht nicht Nanosekundentakt, aber in Millisekundentakt Informationen kriegt. Und ich wette, da gibt es jetzt irgendjemand da draußen in die Kommentare schreibt, ich bin besser als eine Automatik. Also ich war übrigens letztens, letztens war ich bei AMG und ich habe gefragt, hey, gibt es einen Menschen, der besser ist als eine Automatik? Und die haben gesagt, eigentlich nicht. Und uneigentlich auch nicht. Weil es ist irgendwie scheinbar was komplett Mathematisches. Also was heißt, also das sind ja Übersetzungen. Man sammelt Daten und kann daraus errechnen, wann es sinnvoll ist, das und das zu machen. Ja, Motoren haben eine Drehzahl und haben einen Drehmoment und diese Kurven, die dadurch entstehen oder diese Kurve, die dadurch entsteht, welches Drehmoment bei welcher Drehzahl die haben, die kombiniert mit den jeweiligen Gängen und deren Übersetzungen und dem Rückfallen von dem hohen Gang auf den niedrigen oder niedrig auf den hohen, kann man errechnen, wo jeder Gang unterschiedlich gut oder richtig zu schalten ist. Und es mag nicht immer der sein, der für uns so, das klingt jetzt richtig, jetzt schalte ich. Also, weil die Gänge ja auch unterschiedlich übersetzt sind. Also, du weißt ja selber, du schaltest drei Gänge bis zum 70, also jetzt beim normalen Auto irgendwie bis zum dritten Gang bei 50 oder im vierten schon bei 50, wenn du Spritsparen fährst oder sowas und dann fährst du von 150 bis 250 den sechsten. Weißt du, da schaltest du ja über 60, 70 kmh gar nichts mehr. Und das sind teilweise die, 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 also das ist, wer hätte es gedacht? Physik. Ja. Das hat nichts mit Gefühl zu tun. Das ist einfach Zahlen. Ja. Und die kann Sensor besser erfassen und einen Prozessor schneller verarbeiten als Dings. Fairerweise, vielleicht macht es einen Unterschied, wenn man in Namibia im tiefen Sand feststeckt. Weiß nicht, ob da Automatik das, ne, Allrad, wie heißt das, wenn man dieses Differenzialsperre. Wie genau. Ich weiß genau, was das ist. Nein, ich weiß wirklich, was das ist. Du weißt wirklich, was das ist, oder? Ja. Das mit Kurven und so, ne. Der Außenradius, der Innenradius. Deswegen muss das eine schneller als das andere und so. Und dann entkoppelt man das. Das ist richtig geil, wie das gebaut wurde früher, ne? Das mit so einer Zahnradübersetzung. Ja, ja, das ist richtig clever. Boah, geil gemacht. Aber trotzdem, also da könnte ich mir noch vorstellen, dass eine Automatik anders schalten würde, als jetzt vielleicht, weißt du noch, als wir da in Namibia in diesem Flussbett unterwegs waren und zwei Stunden im ersten Gang bei, weiß ich nicht, was Umdrehungen gefahren sind. Ja. Aber, ja, da sind wir dabei, da sind wir, ich kann mir auch vorstellen, dass es Anwendungsgebiete gibt, wo man einfach sagt, hey, ein manuelles Getriebe ist besser. Ja, und ist ja bei der Bildbearbeitung genauso und genauso setzt man es ja ein. Aber wenn ich jetzt einfach schöne Bilder haben will, die Leuten gefallen, warum sollte ich dann nicht einen Regler benutzen, vielleicht fünf, sechs, sieben zusammenfasst. Ist das auch das Problem bei heutigen Kameras, dieses Gatekeeping? Jetzt fällt mir das gerade ein so. Entschuldigen, dass ich jetzt gerade springen, Thilo. Aber ist das auch dieser Effekt, dass viele Leute sich durch moderne Kameras kastriert? Ich habe gestern einen Workshop gehabt. Vier Leute Spot-Autofokus. Also ein Punkt definiert. Weißt du, mit welchen Kameras? Z9, Alpha 7 IV, eine Canon R5 und wir haben Porträts gemacht. Die drei oder vier Fotografen haben nicht der Kamera zugetraut, ein Gesicht zu erkennen. Oder noch schlimmer, Entschuldigung, wenn ich jetzt Leute disse. Jetzt kommt wieder der Krolop disste eine Workshop-Teilnehmer. Nein, das hat ja nichts mit Dissen zu tun. Das ist nur, ehrlich gesagt, versuche ich gerade andere Leute zu warnen und denen was beizubringen. Und ich habe es denen natürlich auch gesagt, so hey, woher kommt das Gefühl, besser zu sein als eine Gesichtserkennung? Ja. Und dann, weißt du, was als Antwort immer kommt? Ja, letztes Mal habe ich es probiert und da gab es ein unscharfes Bild. Und dann frage ich immer so, okay, wenn du jetzt hundertmal ein Gesicht fokussieren würdest und du lässt es hundertmal die Kamera machen, wer hat denn die höhere Trefferquote? Also ein Fehler ist ja kein Grund, das Ganze nicht einzusetzen, sondern wenn man selber drei Fehler macht und die Automatik macht nur einen Fehler, dann hat man trotzdem ein Drittel, ein Fehlerquote. Und jedes System ist natürlich irgendwo fehleranfällig, aber ja, es ist eigentlich absurd. Das ist Wahnsinn. Deswegen braucht man aber auch einen Joystick an der Kamera. Ja, das ist mir klar jetzt, weil man die ganze Zeit dieses blöde Feld bewegen muss, weil es ja nie dort ist, wo man eigentlich das Gesicht hat. Ja, also ich finde schon, aber ja, dadurch fühlt man sich so ein bisschen, das muss man nicht gendern, entmannt wahrscheinlich. muss man glaube ich auch gendern. Aber man fühlt sich einfach so entmächtigt. Ja. Ja. Oder entkompetenzifiziert. Also ich glaube, mittlerweile sind wir an einem Punkt, egal ob jetzt bei Kameratechnik oder Bildbearbeitung, wo man schon den Sachen vertrauen kann. Aber das ist das Interessante. Entschuldigung, 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 hold your thought, wie die Italiener sagen. Okay, dann kann ich aber nicht zuhören. Dann sagst du, ich halte meinen Gedanken. Nee, alles gut. Jetzt habe ich meinen eh verloren. Nein, das wollte ich nicht. Was wolltest du sagen? Inkompetenzifiziert. Nee, wir sind an einem Punkt, wo Technik einfach verlässlich funktioniert. Wir haben eine Auswahlquote von gering. Aber irgendwie traut man sich das nicht, weil man irgendwie noch denkt, dass es fehleranfällig ist. zu viele alte Videos an. Das ist genauso mit hier diese, deswegen finden Leute, glaube ich, auch dieses digitale Unschärferegler-Ding blöd, weil die immer noch diese Handyfotos von vor fünf, sechs Jahren im Hinterkopf haben, wo man dann halt sieht, dass es schlecht ausmaskiert wurde. Wo man halt sieht, dass das sehr künstlich ist und einfach nur weich gezeichnet wurde des Todes. Aber das sieht ja nicht mehr so aus. Nee, gar nicht mehr. Und jetzt, was ich sagen wollte, das Interessante ist ja, dass die meisten, die meisten Menschen auf Workshops, und das ist jetzt kein Männerproblem, das ist auch definitiv ein Frauenproblem, reden gar nicht bis super wenig oder super wenig bis gar nicht mit dem Modell, mit der Person vor der Kamera. Weil die so beschäftigt sind, diesen blöden Autofokuspunkt von rechts nach links zu schieben. Und wie cool wäre es dann, ein System zu haben, was einem die Arbeit abnimmt? Boah, krass! Dann könnte man ja wirklich auch mal das Model loben und mit der Person reden. Oder wie cool wäre es, wenn man nicht zwei, drei Stunden Hautretusche machen müsste, sondern zwei, drei Regler verschiebt und dann wieder Zeit hat, um mehr coole Bilder zu machen. Und so schließe ich der Kreis. Also liebe Zuschauenden an den Endgeräten, sagen wir, ne? Das ist jetzt kein Bashing, das ist einfach nur, ich glaube, das ist aber der Job bei Workshops. Für mich sind Workshops und das kennt Thilo ja auch, für mich sind Workshops Workshops. Das ist kein Kuschel, das ist kein Kuschelseminar, um Leuten, die erwachsen sind, zu sagen, wie toll sie sind. Das ist ein Workshop, wo man sagt, ich will mich selber challengen, ich will mich selber herausfordern, ich will besser werden und ich will jemanden, der mir sagt, was man vielleicht besser machen könnte. Ich gehe nicht an die Sache ran und sage, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, weil bei Gott nicht, ich habe alle Fehler, die ich eben anderen ankreide, sozusagen selber gemacht und learned the hard way. Der Punkt ist bloß, es sind natürlich Dinge, die auffallen und darum kommt es genau an. Man kauft sich für 6.000 Euro ein Kamerasystem, hat ein wunderschön geschminktes, perfekt ausgeleuchtetes Motiv, ein Gesicht und man vertraut dieser Kamera nicht, weniger Fehler zu machen, als einen kleinen Fokuspunkt die ganze Zeit nach rechts und links und oben und unten zu verschieben, während man nicht mit der Person redet und das ist nicht böse von den Leuten, die auf meine Workshops kommen, dass sie das absichtlich machen, die kämpfen ja damit. Wenn die das dann mal probiert haben und wenn ich sie gezwungen habe, einfach mal der Kamera zu trauen und sage, jetzt redest du aber in der Zeit mit der Person, dann finden die das voll cool und das ist auch volle Erleichterung, aber ich weiß nicht, woher das kommt. Woher kommt dieser Drang, alles selber machen zu müssen und es bloß nicht die Automatik machen zu lassen? Tja, das ist so ein bisschen, tja, gute Frage. Da wird man kein schlechter Fotograf, wenn man dann was anderes besser macht dadurch. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich wird man ein besserer Fotograf dadurch. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich werden die Fotos besser, sagen wir so. Wahrscheinlich schon. Ja, die Zeiten sind halt vorbei, wo man, ehrlicherweise, wo Fotografie noch ein krasses Handwerk war, wo man wirklich. Ich finde, es ist schon noch ein Handwerk in der beruflichen. aber nicht mehr so in einem sehr handwerklichen Sinne, wie ich muss jetzt eine Kamera hinstellen, ich muss. Belichtung messen, einstellen, eindrehen. Und dies und das und pipapo und irgendwelche Sachen verschieben und dies. Es ist genauso kreativ wie früher, es ist vielleicht sogar noch kreativer wie früher. Man hat jetzt wesentlich mehr Zeit, um kreativer zu sein und ich finde, das sollte man absolut. Definitiv nutzen, um dementsprechend auch. Was den Kreis widerstieß zu Luminar. Genau. Ich denke, ich denke, Luminar ist aktuell das Tool, was am meisten kreative, spaßige Freude macht in der Bildbearbeitung. Ja. Ja. Bin ich ganz bei dir. Und es ist kastriert im Vergleich zu Capture One, gegen Capture One ist auch Light rumkastriert, so gefühlt. Es ist nicht die Pro-Mega-Crazy-Angeb-Variante, aber ich glaube, ehrlich gesagt, da sollte man irgendwann, also irgendwann ist man so in der Pubertät und dann kommt die Volljährigkeit und spätestens dann sollte man irgendwann aus so einem Punkt rauskommen, sich was beweisen zu müssen. Sich nicht was beweisen zu müssen, man? Nee, man sollte rauskommen aus dem Punkt, sich so was zu beweisen zu müssen, dass man irgendwie, keine Ahnung, toll ist, weil man eine tolle Software benutzt. Ja. Also ich finde, Lumina bietet Möglichkeiten und Potenzial, dass man, ja, was man nutzen sollte. Absolut. Um dementsprechend auch ein bisschen anderen Output zu generieren, als wenn man jetzt, ne, sich gerne mal fünf Stunden irgendwo hinsetzt. Kommen wir zu Hashtag Werbung. Wow. Okay. Vollkölsch. Nein, ähm. Das wäre super. Du hängst eher Gaffel, ne? Ja. Aber Placement würde ich von beiden an nehmen. Placement? Vielleicht können wir mal Frühkölsch, äh, verlinken. Oder Gaffel. Besser. Jetzt ist früh raus. Ich finde ja früh besser. Ah, gut. Gilden. Können. Mühlen. Egal, es gibt genug Kölschsorten. 13, oder? Nee. Über 30. Also es gab mal über 30. Aber es gibt doch nur 13 Brauereien nur noch, die das machen oder so. Ah, nein, nein. Also ich komme jetzt im Kopf. Nicht auf 30, aber egal. Weißt du, was wir machen sollten, wenn wir über Bier reden? Ja, nee. Wir sollten mal Wein trinken. Natürlich, klar. Wenn wir schon über Bier reden. Weißt du, was mir nämlich drauf gekommen ist, wo ich die ganze Zeit hänge im Kopf? Nee. Wir sollten mal so eine Bearbeitung machen und jeder trinkt eine Flasche Bier. Äh, Wein. Wein. Das wären dann wirklich kreative Bilder. Also interessante. 26. 26. Ah, es gab mal, ich glaube, als... Über 100 gab es mal. Von ursprünglich ungefähr 100 Kölschmarken existieren. 2008 noch 26. 2008. Ah, okay. Weil ich bin 2008 nach Köln gezogen. Reisdorf, Früh, Heller, Peffken, Malzmühle. Peffken, beste. Wildstein, Schreckenskammer, Sünder. Ach, Schreckenskammer auch gut. Gaffel, Bischof. Bischof nicht. Colonius. Ja, okay. Aber es sind... Gildenzion, Ratsgeißler, Grenadier. Ja, okay. Aber nee, also meine Idee wäre, weißt du, wenn du so abends bearbeitest, ein Bildchen mit einer Flasche Wein. Ja. Und dann am nächsten Tag denkst du, shit. Dann gibst du den Vorher-Nachher-Vergleich, meinst du? Ja. Beziehungsweise den... Sollen wir das mal machen? Boah, das wäre mega witzig. Ich weiß nicht, ob sie... Drunken Retouch oder sowas? Puh. Ist das YouTube-technisch, Alkohol-technisch, Erziehungstechnisch irgendwie angebracht? Ist auf jeden Fall witzig. Aber viele Dinge sind witzig, aber irgendwie uncool. Das ist Edutainment. Ich sage meinem Sohn immer, er soll nicht saufen. Das ist gut, aber wir sind ja schon erwachsen. Erst dann, wenn du erwachsen bist. Dann aber ganz viel. Und zwar im Internet. Und machen das, damit Leute im Internet sich unterhalten. Ich bin so ein scheiß Vorbild. Das ist der Wahnsinn. Nee, und man kann ja gerne mal reinschreiben. Also ich finde die Idee mega witzig. Du weißt schon, dass der das irgendwann alles gegen mich verwenden wird. Ich kann nie sagen, mach das nicht, weil er sagt, guck mal hier, Video 83 und 310, bist du hier besoffen im Internet. Glaubst du, er guckt sich die alle an? Ich wette, er ist so clever, dass er weiß, welche Macht das ist. Ja, bin ich gespannt. Ansonsten setzen wir die alle auf privat. Wir machen den ganzen YouTube-Kanal aus Erziehungsgründen auf privat. Aber lass uns das wirklich mal im Gedächtnis halten. Ich fände es mega witzig. Dann sucht sich jeder ein Bild aus, was er irgendwie auch, also lang. Komm, dann machen wir es vorgegangen. Dann machen wir es richtig hart. Ja, oh Gott. Dann würde jeder, bringt zwei Flaschen Wein mit. Jeder zwei? Also vier Flaschen Wein? Ja, aber dann trinkt sozusagen, ich bringe eine für dich mit, trink aber auch selber eine und du bringst eine für mich mit, trinkst auch selber. Damit wir die gleichen Weine, dann können wir noch ein bisschen Wein verkosten. Und dann bringt jeder ein Bild mit und jeder bearbeitet aber auch das Bild mit vom Gegenüber. Dann sind es halt zwei Flaschen Wein und wir sind Knüller des Todes. Aber zwei Flaschen Wein geht nicht. Wie lange soll das gehen? Eine Stunde? Okay, anderthalb. Okay, zwei. Nehmen wir doch einfach eine Flasche, weil eine Flasche ist schon krass in einer Stunde, oder? Nein. Nein, okay. Du bist doch der 20-Bier-Säufer. Ja, Bier. Ja, aber das ist alkoholtechnisch einfach nur eine andere Form von genau gleich viel Alkohol. Aber abprobier. Ich muss gleich aufs Klo. Ja, okay. Deswegen müssen wir jetzt kurz noch... Vielleicht schreiben alle mal rein in die Kommentare, ob wir diese Idee wirklich auch machen sollen. Ich finde, der schreibt aber auch Vor- und Nachteile mit rein und bedenkt, dass ich erziehungstechnisch ein leichtes Einschränkungs... Ja, in zehn Jahren. Oder so. Das sind die Dinge, die dich töten irgendwann. Ja, in zehn Jahren. Okay. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Und zwar, das hat mit dieser Folge nichts zu tun, weil der Nerdtalk, der ist ein Nerdtalk und das mache ich mit Thilo. Und wie wir schon wahrgenommen haben, wir reden über, was wir reden, was wir reden wollen. Wir gucken mal, ob wir noch von Luminar so einen Rabattcode aufgetrieben bekommen, weil wir haben uns ja mal für so ein Affiliate-Programm angemeldet. Hashtag Transparenz. Affiliate heißt, ihr zahlt nicht mehr. Man kriegt einen Teil. Natürlich bewegt das oder soll das Leute dazu bewegen, zu animieren, zum Kauf. Ich hoffe, dass uns aber zugetraut wird, dass wir das aus freien Stücken, aus... Mit... Wie sollen wir das? Mit Sinn und Verstand machen. Also... Ja. Ich glaube, Luminar ist nicht für jeden Fotografen und jede Fotografin dieser Welt ideal, aber wenn man der Sache mal eine Chance geben möchte, am besten mit Bildern, die man nicht wichtig... Also das klingt jetzt auch komisch, ne? Weißt du, was ich meine? Man sollte keine Bilder bearbeiten, die man vergleicht irgendwie so. Ja, also genau mit solchen Bildern nicht, wo wir uns eine Flasche Wein gönnen oder wo man sich ja selber vielleicht eine Abendzeit dafür nimmt, sich bewusst hinsetzt und da das absolute Optimum rauszuholen. Ich glaube, das sind so Nebenherbilder, die man einfach mal da bespielen muss. Man hat Bilder, die man gemacht hat, die findet man cool. Und auch nicht weiß, wo es vielleicht rauskommt. Und die will man für die Familie, und das ist da, glaube ich, der ideale Einstieg. Einfach so ein bisschen spielen, coole Sachen rausbekommen und dann rumschicken in die Gruppen, in die Verwandtschaft, in die Freunde, zu den... Also wir machen auch immer mehr Modelbilder damit, weil das echt... Da gibt es auch geile Styles, so von den Instagram-Looks. Ich möchte dich unterbrechen, aber ich muss jetzt... Wir gucken mal, ob wir dann noch einen Rabattcode bekommen. Ist so dringend bei dir? Ja, ja. Wir gucken, ob wir dann noch einen Rabattcode finden. Ansonsten, wie gesagt, Hersteller Transparenz, das soll in keinster Weise irgendwie so rüberkommen, als ob das unser Hauptziel wäre, weil es ist nicht so. Ich glaube auch, dass die meisten da schon mal mit geliebäugelt haben oder auch Slumina haben. Aber wer da noch Interesse hat, kann man das vielleicht nutzen. Dann haben wir auch noch ein bisschen was davon, ohne dass man irgendwas mehr hat oder noch einen Rabattcode mit dazu hat. Und damit würde ich sagen, beenden wir diesen Nerd Talk und ich bin gespannt, ob wir das mit diesem Drunken Retouch wirklich machen sollen. Tschüss. -end- Bis zum nächsten Mal.